hallo freunde heute wenn sie mit andreas die biologo macht dich bereit zu bürde ganz ganz großer unterschied wenn wir das ich habe die mission hier von uns jetzt habe ich sagen wir haben wieder 20 leute kaputt machen wir die kaputt machen versucht die sehen nicht schnell weg 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 die ich weiß nicht ob das genau die sind passiert und ich war es nicht der war doch drauf wir müssen nur zwei jahre 20 eliminieren das ist unsere mission trefft jemand aber das geht in die kraft war der aufte war natürlich recht gut wo kommen die denn her auch du da unten hey ja ich bin auch sniper im nahkampf tschüss gib mir die olga mal herr hier also müssen 50 leute kommen ja ja ich habe ja durch ich habe kaum noch leben immer die dinger ich glaube ich habe ja wenn ich das wüsste bietet sich an zu verstecken schuss rein wir haben sie gute gewonnen ich bin aus dem fenster gesprungen ja so sieht aus wo denn wo da das ist dieses fahrzeug da hinten das ist gar kein typ da das ist dieses glauben hey du hast eine dings bei uns du hast du hast eine snive kill die mal welchen ja die da oben abin alle dahinter ist so ein komisches auto ja hast du deine dings noch ja dann ja natürlich jetzt und dann gib ihm mal einen renner und das ist ein richtiger strategie mensch ja ja ich bin ja schon weg mein gott muss das sein kommen wir gehen lieber zum abholungspunkt wie dass man da drinnen verrecken halber ja komm wir laufen hier ausser rum naja mehr in zeit ein bisschen shoppen gehen hier ein bisschen shoppen gehen hier ist ja ganz schön rotodamisch und ja ey stopp 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 pfäre zum kampfbrunck oah gott sei dank gerade noch geschafft hier mach dem gut hey die ballern ja schon was ist das ja kein stress schiebe da komm her was hast du hallo da alter jorge da kommt so ein typ mit so einem ding sei hergeballt ja ja ich glaube die russen kommen alles hier weg jesus jaja oder du hast bock es ist nicht gut alter ich muss mich nahe meine fresse kriegt mir gerade wieder kurz hinter mir ich kann ja offenstehen es gibt auch kein geld ist auch kein wir sind unterwegs haltet euch hier doch auf du honte von spas zuf brigitte nicht so schnell ja 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 alles gut als gut vielleicht muss ich sagen hallo ich brauche hilfe kartoffel mir geht es gar nicht so überragend muss ich sagen ja kommen sie durch trinken wir und dann geht sie dann wieder gut ja da ist ein gechillter panzer ja ich hab's gerade gemerkt er dreht sich um zu mir von uns scheiße und dreck er dreht sich um umdrehen ist total kein munition mehr für den murchs hier ich auch ich muss mit pischl schießen aber geht eigentlich ganz gut abgestochen den jungen und sind es okay die brug ist kaputt ja das kann gut sein und was bauunternehmer schmiderer macht fertig jetzt jetzt müssen wir artillerie kaputt machen das sind wir dabei das ist prima Rüdiger von sind alle so sportlich wie du über das stacheldraht oh das tut weh da steht da einer der hätt mich gesehen glaube ich gekonnt gekonnt strategie 9000 wir gucken mal erstmal die gesamtsituation betrachten noch langsam uns gehts gut auf dem weg steht hier einer gell nur so zu infos ja war schön da stand einer hab ich gehört Fliegerbombe hoppla NANI Panzer weg Panzer das ist nix gut nix gut mit der schnippe renne ich da halt auch rein wir bombardier mal das ding da ich bin grad kommen sie rein ins Haus ich bin tot oder nee betrachten dein dein leben hier da kommen wir bollern hier ok jetzt bin ich tot jetzt bin ich tot jetzt bin ich tot ich bin tot du musst mich hochholen komm mal da hoch komm mal da hoch ich bin tot ah ich ich merse 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 ja alter alter abgestochen den jungen kann ich dir ne gewehrhaft nase min ne du nicht ich nicht ich will nicht aber ich will mein quer was ist das noch so ich mit ein guck mal meine gräte und alle munition guckte deshalb und stehen das ding von entspannen werde entspannen hier ganz 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 langsam Achtung das singelt glich in Luft von Spurs gleich macht's Boom 3 2 1 jetzt Knollte Aurel jeterrande Fluss und über die Straße wo der Bahn so uns sieht und er hättens noch nicht gesehen rüber mit was füßle auf auf das ding und du machst jetzt gleich Abo ok ist das ok für dich ok oh das ding hab ich explodiert 3 3 2 1 das wars alle das ist ein Panzer da müssen wir weg lass die da hinten rumrennen wie blöd ich glaub der hat ein bisschen zu viel Bock zum hiechen ein Tümpel da muss man nicht einmal schwimmen ein Tümpel geht 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 da musst du einen Punkt drüber bauen ich glaub es geht los ich hab ein Problem ja ja ich bin da das sind ein paar Leute die ein bisschen Stress machen grad Oleg Oleg Alter das Ding is brutal hey Oleg Oh du bist ein Panzer scheiße Leck mir am Arsch, das ist ein Ponzer. Ja, du bist ein Ponzer. Ponzer, was ist los? Leck mir am Arsch, das ist ein Ponzer. Was bist du für ein Grät? Kann ich da mal drauf? Kann ich da drauf? Kann ich da drauf? Ey, nicht so schnell. Gibt da Fahrer? Fahrer drin? Da ist kein Fahrer drin. Ich habe gerade gedacht, da kann ich Fahrer am Morgen sein. Hallo? Ist das ein Roboter oder was? Ich glaube, der steckt hier wegen fest. Egal, fahren wir weiter. Der macht Boom. Scheiße. Bei der dick Zähne. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der hat dich nur getäuscht. Das war ein Fliegfotterner. Das war nicht ich. Da rennt einer. Wo? Ah da. Das war doch ein Headshot hier. Das war doch noch einer. Also das sind doch, hallo. Was wann? Das ist... Bitte nochmal in Slowmotion. Ah, das war ja... Hä? Nicht bollern hier. Hallo, hören Sie auf mich abzuschießen. Gastfreundlichkeit, meine Freunde. Gastfreundlichkeit ist hier sehr wichtig. Mit dem will ich ein bisschen Spaß haben. Da kann ich da auch geben. Alle. Zache aufbauen. Er mit dem Fonds. Ja. Der zu. Er mit der Sonnseck. Nochmal ein bisschen. Und noch. Zack. Zack. Ja komm, bau doch. Zack. 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 Sehr gut. Äh! Wir sind noch nicht fertig da. Später. Terminischen 20 Minuten. Ich hab grad ein ganzes Magazin an der rausgeballert, gell? Und der hat kein einziges getroffen. Jesus. Der wird abgestochen. Oleg! Dem hab ich den absolut abgezogen. Der war grad in diesem Ding da drin. Ist schon Munition dabei? Äh. Sons? Äh. Da sind ein paar mehr wir gedenkt hier. Boah, das hab ich auch gerade gemerkt, du. Äh, scheiße. Ich hab nur noch ein paar Schmerzen. Schneepacket auch? Ne, okay. Das Ding muss so lange nachladen. Du, hier bruchen ein Idrit. Hier geht's nicht wieder. Panzer! Panzer! Nix gut. Jetzt kannst du den Spaßapparat da benutzen. Und den Panzer abmürzen. Spaßapparat! Einmal abgeschossen. Warte, ich will zugucken. Ich will zugucken. Ich will zugucken. Macht das Spaß. Nimm schon deine Panzerfahrung. Erstmal mach du dich jetzt mal da weg. Und auf! Warum schießst du nicht? Wenn mit der Schneepack geht das besser. Der ist gar nicht hingegangen. Das ist der Siegerponsor. Dann hätte er wegen mehr Geld gekostet. Hallo. Da rüber. Rüber mit der... Äh. Scheiße. Ponsor! Nächster Gerät. Du bist! Nuff zu der Oma. Hallo Oma. Nächster Gerät. Geht's dir noch gut? Und wer's? Und du? Was machst du mit der Oma? Ey! Und der Dreckssäcke. Und die Dreckssäcke. Und der Dreckssäcke. Und der Dreckssäcke. Und der Überraschung. Jesus. Und die Stolz zu sie. Wer's? Wer's? Zu sie? Was ist mit dir los? Man schloss aim? Ja, ich hab's auch nicht. Aber alles chillig. Ich glaub ich nehm die andere Waffe. Die ist ein bisschen.. Fünf. Vier. Drei. 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 Eins. Man schlosses. Finde gut. Also heute. Ich denk das reicht glaub ich mal für heute. Ähm. Schau das beim nächsten Mal wieder ein. Dann haben wir Battlefield gespielt. Oder Sonnchank'n Gramm. Ähm. Man sieht sich. Bis denn. oder?